Eine Prognose der Kreditreform und der Welt lässt nur Böses erahnen. Die Verbraucherinsolvenzen sollen in der nächsten Zeit regelrecht explodieren. Während wir die letzten zehn Jahre einen Rückgang jedes Jahr verzeichnen konnten von knapp 6 bis 7 Prozent, haben wir jetzt mittlerweile eine Prognose für alleine dieses Halbjahr von teilweise bis zu 50 Prozent Steigerung. Und das liegt vor allen Dingen an den Konsequenzen der Pandemie durch Kurzarbeitergelder, die jetzt langsam aufhören. Durch den Niedriglohnsektor, der ist nämlich der größte Verlierer. Dort hat man schneller Stellen abgebaut und hat die Leute gekündigt. Und das Problem ist auch, dass durch diese Pandemie viele Unternehmen überhaupt nicht mehr aufmachen werden. Dementsprechend, die Verbraucherinsolvenzen sollen in der nächsten Zeit regelrecht explodieren. Vor allen Dingen auch die Verschuldung ist da ein wichtiger Punkt gewesen. Die hat immer weiter Ausmaße angenommen. Das heißt, viele Verbraucher haben sich nicht anders zu helfen gewusst und haben Kredite aufgenommen, teilweise zu horrenden Zinsen. Und natürlich, wenn jetzt auch im Verbraucherkreditbereich der Zinssatz betrachtet wird, dann wird einem da oftmals übel. Denn das sind teilweise bis zu 10 Prozent, die man da teilweise bezahlt. Das heißt, man zahlt da mehr an Zinsen, als man an Tilgung bezahlt. Und dass das natürlich dann langfristig nicht gut gehen kann, das sollte jedem klar sein. Dementsprechend deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare schreiben.